Alle drei Sekunden stirbt dein Kind an den Folgen extremer Armut. Jetzt und jetzt. Es gibt klare Beweise, wer schuld ist. Wir, weil wir untätig sind. Unsere Politiker, weil sie ihre Versprechen nicht halten. Verhindere weitere Opfer. Mach Druck auf die Politik. Gib deine Stimme gegen Armut auf www.deinestimmegegenarmut.de Oder sende eine SMS mit Stimme an 72 3x0.